Ja logisch, jetzt haben wir hier, Luca geht in die Historie ein, so was gibt es gerade, und ein Kopfballtor, ich glaube er hat sich selber erschrocken, war aber klasse, aber ich habe es für immer gesagt, das ist ein guter Junge und nichts anderes, alles klar Luca, pass auf dich auf, bei den Bauern da draußen, alles tobi.